Nur mit Glück wird man nicht reich. Es war das erste Mal, dass wir gemeinsam an der Côte d'Azur Urlaub machten. Die Firma lief schon ganz gut und es war immerhin möglich, dass ich mich mal für ein paar Wochen vom Büro verabschiedete. Dann hatte ich das entscheidende Erlebnis. Ich saß mit Carmen gemütlich in einem Café an der Hafenpromenade. Da fiel mein Blick auf ein unglaublich elegantes Boot, das in diesem Moment genau gegenüber angelegt hatte. Das Teil war ohne Übertreibung eine Meganummer. XO, XO, XO hieß das Ding. Es war sage und schreibe 21,5 Meter lang und kam von Leopard, einer italienischen Edelwerft, die sich auf absolute Luxusjachten spezialisiert und von der ich bis dato nur gehört hatte. So etwas kannte ich noch nicht. Was würde so etwas wohl kosten? Mir schossen tausend Gedanken durch den Kopf. Plötzlich fühlte ich mich unwohl in meiner Haut. Ich hockte hier mit Carmen bei einer Tasse Kaffee in der Sonne, doch vielleicht ging es zu Hause in der Firma gerade drunter und drüber. Und was vielleicht noch schlimmer war, wollte ich am Ende des Tages immer nur beeindruckt auf die Yachten von Fremden glotzen? Die Antwort war klar und ich gab sie mir gleich selbst. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es selber schaffen, mit meiner eigenen Hände Arbeit. Dorthin, auf die andere Seite der Promenade, wo gerade diese unglaublich geile Leopard vor Anker lag. Dorthin wollte ich irgendwann einmal auch kommen. Wir fahren wieder nach Hause, sagte ich zur Carmen. Ich muss wieder arbeiten. Was ich mit dieser kleinen Geschichte sagen will. Ich habe Hunger. Es sind auch zwei Minuten vorhin. Ja, ich, ich, ich. Okay, ja, ja, warte. Was ich mit dieser kleinen Geschichte sagen will. Setze dir immer Ziele im Leben und versuche, diese Step by Step zu erreichen. Wichtig ist nur, dass du dein Ziel immer im Blick behältst. So wie ich das Boot auf der anderen Seite der Promenade. Bis ich es mir irgendwann mal leisten konnte. So, Carmen, es ist ein Uhr. Wir gehen jetzt essen. Nee, Schatz, ich mach das Kapitel hier noch fertig. Ja, dann mach schnell. Was ist denn, du hobby? Was ist ein Spiel? Vielen Dank.